Herzlich Willkommen zu einem Let's Stay Together Lead to the Legends! Ich spiele wohl lieber auf der Top-Lane und muss wahrscheinlich gegen Sugarf spielen. Äh unser lieber Lucas spielt Corki auf der Bot-Lane gegen Twin und Luke. Ich hab jetzt schon ein bisschen... Twin gibt's ja jetzt schon ein paar Tage, aber ich eben gar kein Twin auf der Bot-Lane spielt. Lass mich mal überraschen, ähm... Twin O.P. Und ihn supportet einen Taric, der anscheinend Heal mitgenommen hat, weiß ich nicht wieso. Äh ja, und der liebe Yasta in der Mitte, mit der Runa. Gegen Cassiopeia wahrscheinlich. Gegen Cassiopeia. Interessantes Matchup! Oh! Oh! Oh Gott! Und unser lieber Ampel kommt, keine Ahnung wie er echt heißt, spielt Java & Jungle gegen einen, naja, gegen, er spielt Jungle und Renga spielt auch Jungle. Also... Ähm... Was ich sagen wollte, die anderen beiden, also Ampelkopf und Berserker, Teruel, ähm... Sind wir sind Cremates, aber... Kein TS und so weiter. Wir wissen übrigens auch nicht, dass er aufnimmt. Also Ampelkopf ist gut. Den Berserker anscheinend sieht so aus, als wäre er... Also ich hab schon mal mit dem, glaub ich, gespielt. Ich war nicht so begeistert, aber kann auch sein, dass ich mich wirklich aufschuldet... Vielleicht kann ich nicht so die Prostkühle zum Weg gehen, so ein... Stilermatis mit Heal Support, weil auch selbstkennig hier hat... Ja, ich bin mit Heal, Joni. Das ist... Ich bin mit Heal, das war ja früher so Oldschool-Adecker über die Jahre, ganz ehrlich, wird an die Töne statt hier auf jeden Fall jetzt mit Barriere spielen, finde ich viel geiler, sieht besser aus. Barriere ist aber für mich, es ist einfach so, weil du kannst es nicht Dingsen. In meinem Moment. Also office ist... Ah, wir gotta enden nur, runterneuf meinen Sie mit, zum Beispiel uns MfW, eh, ist, löch. Ja, und Ignite und so. Ich glaube, ich war nicht hab ich mir dazu, Çape這麼alig. Schallhmütchen? Ich war nicht, was hat sie �ag市mmaligen Reporter und weiß, du wärst der Sprache, ich supre,istiere Ton die gespielt, heute schon was hier gespielt, heute schon, Rehnken, wie ist ein Ullss familiär, Prozent Lappler das Geld von Nordrhein Kühnlösler der Garten der Mitte er in den Ruhnen habe ich bei Rot Adel drin bei Geld und Rüstung bei Blau und Märchen gewinnt Herb verlehrt und bei dem Erzählten habe ich nur der Zeit schreibt gerade bis auf den Kuh wie er ist gehen soll wo auch wenn es was du willst BD also ich mir wahrscheinlich wenn alles 60 das neue Sohn sie es ist nicht mehr als sie müssen und er muss ich gehen zu tun wie es ist viel besser bei jedem um ein bisschen gut sein Oya Kugel ist die nicht mehr ist die Wittpläne für die Reaktion sich hier das sind wir noch mal wo umfohlen der Kurs muss helfen aus und herrlich kommt mit Vorten ein muss aber nicht schätzt was er für die Karte hat nur die die Spastik jetzt es sind ja wirklich geäuert nicht mehr als möglich dann hat es drei in die Klinik mehr und ich habe auch daran gesucht in der Aufnahme ja auch Ressourcen das hat ihn erlötet die Zeit nach oben das ist er nicht hängt es ist heute zwei einstattdaten ein bisschen ab das andere habe ich um die Köln dritten ein ein Gälder und ich hätte auch ja und das zweite gehen hatte erst mal die Halle dann war man kann also wir waren verloren das war mit dem Tari Kassel und Gorki er hat und zwei jahren ein Jahr überwählen wie wir mit 1 achtmal Prozent der Ringer hat mit Red Buff gestartet und das übersteht sich in der Ferne er wurde der Stahl der Anpassenden sehr 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 und wird in der Stadt Leibertal ein um den zweiten die Welt ein weiteres Land der der ist von hier die Umgebung dahinter die Bevorrunde das kann ich mir machen weil es nicht in den XP verliert ein Blödsinn hat er noch nicht gewartet das war ein bisschen wenn sie das ist in der Mitte der ja das ist wir jetzt nicht gleich first part ja ich hab's verstanden oh Tariq aber das hat erstmal ein Minion ja er will ja so händlich seine passiere ich glaub schon ja wann kommt jetzt auch Toplane-Ganken und enemy Missing, Cassio Bayer kriegt Bluebuff ja let's move Toplane wir, 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 wir verraschen Supporters abkam Tower und ab und zu heal oder so, ne, ne, jetzt ist er ah nein, 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 nein jetzt ist er recht, okay, ich hab so das ich glaub ich hab schon mal mit dem im Spiel das ist immer sagten obwohl ihr mag ich mir ein Gürtel das Riege muss kaufen okay die lebt an Teilnehmer von Kuiar ist die Schlimmer so dass es nicht alles aufgefallen das ist äh 9 Jahrhundert zu eigenes Ausstelle das auszustellen ich mal sehen wo kann man zwei einstellen da weinen all about you um Oberkläte heute machte die Kleins die Preise Katische Schabendung hat man schon das ist so das was zu ich habe mich zugehört ja jetzt kommt der Javan 4 L richtig stehen denn ich bin in der Welt in der Welt den Punkt doch er hat als er hätte er hart auf die Eier also wohl wäre es die erste Regel er macht es sich mit zwei Drieger von Bolivar ist er macht es sich das war die dritte Regel von Bolivar er hat sich spielen ja erst mal keine Ahnung er hat jetzt mal erst mal zu Pani oder ich werde mit Pani erst mal drüben ja jetzt ich komme gerade so auf die Läne Tarek geht weg Mann alter wie nervt richtig nicht helfen hält mit ich würde jetzt gerne einmal an alle Leute appellieren die denken sofort ein guter Support ist egal Support kann so viel Caring gar nicht ein richtig guter Support ich hatte mit dem Corki Game eine Leona ja mach halt den Z-Ulti ja die hat der dicke Eier Scheiße oh knapp okay die Casio Paya ist keine Ahnung warum der Schock hat kein Item er hätte das spielt man schon gehört so wie Paul also die Prost wir sind die auf die Mega-Punkt also die Prost Start mit 9 Heils damit sich keine Item haben weil die Prost keine Item muss brauchen das müsst ihr wissen also die Prost ja Tarek also der Tarek schon immer zum Auto-Tag aus holt ey ich sehe es sich noch schon an von meiner Auto-Tag meine Fakten Minions weil er die Lane pushen will nein Die sind nicht gut. Allein Zippa. Allein warum Javin immer übern... Ich könnte nicht eben gar in der Gegend nach... Wow. Das ist echt schön. Allein diese Level 7. Ich hab's grad mal auf Level 6 geschafft. Genau, grad mal Level 6. Ich hab auf Level 5. Dann hat sich mal Items gebaut. Warum hat er denn meine Minions? Der Mahler braucht. Herr Trifte, soll ich Mahler? Dann scheint schon. War früher. Hä, nein. Haben die Worte der Pass? Sind wir jetzt nicht gegendet? Ja, sie ist doch jetzt so... Er trägt Mahler zurück. Also einfach mit dem Auto Zett 2% Schaden sind es eigentlich... Mahlers oder den Maxi Mahler. Wieso? Nicht abgefuckte Scheiße. Geiler Gang, Jörg von Good Job. Wir tragen sowieso richtig der Obersteller. Alter. Ne, komm mal auf die Länge laufen. Oh, Leute, mein Tams hat schon hier so richtig hart. Schon scheiße. Und seine Reaktion darauf ist, Alter. Leck more. Ja, dann heul noch. Lukas, du leckst auch nicht, ja? Ne, aktuell nicht, aktuell ist mein Ping von 30. Ja, viel Spaß. Hm. Vielleicht, ich hab' mir noch ein few F-Zuger-F-Zuger. Du kannst auch mit dem F-Zuger-F-Zuger-Spiel. Aber ich kann halt nicht. Ich hatte im Rank nur 6.000 Affin. Ich weiß, ich weiß, war da war nicht toll! Also, ich könnte mich mal vorstellen, wie ich da Upgrade bin, weil... Naja, für mich was... Wie mich was sehr amüsieren, dass wir es mir entgegengt fast verloren haben. aber ich hab's nicht halte bis zu den nützeln ist es kommt der epic japan gehen ich hoffe dass ich gut bin ich kann ihm und guten gering getragen auch mein Gott vorgleich kann sie euch wieder wollen jetzt freue ich mich heute noch lange gehen und so kann er nicht gern Weil er ja nicht so gut im Jungle ist. Naja, man kann da auch Flames essen. Ich bin auch ein guter Supporter oder ein guter... Ich dachte, ich bin da getauscht. Wie ist das jetzt? Hurry! Ohne Scheiß, es macht Bigs Plays. Tariq, Stunty, macht ein Jahrhundert Bigs Plays. Weißt du, der Autos hat meine fucking Minions. Nein, der Autos wird in München. Ja, das stört ein bisschen. Der muss jetzt draufgehen. Geh doch rauf. Ja, der jetzt draufgeht. Oh, wie soll es denn denn nicht? Hagen, weißt du? Komm noch mal, komm noch mal, komm noch mal. Oh, 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 oh. Ich hab das in die Küche. Aber, ich hab das in die Küche. Ich hab das in die Küche. Und kein Objekt. Egal, ich hätte nicht mehr gekriegt. Ich hab das in die Küche. Ich hab das in die Küche. er hätte neu die Brücke der Reaktion des Lebens der zu sich macht Karte er hat hat sich auf die Macht des Weide er hat er es ist wo ist doch ja ja das ist doch kein Ränger irgendwie er wird erhält der Ecke die Wettbewerb Leike Brost das ist nicht mal Sachmann soll man geht das dann nun zu und er schreibt ihm das mal das ist mein eigenes Anfänger das ist ein erster Baddorf Prozent übrigens und er hat es wieder ein anderes hättet mit dem Leben aufgefallen das klingt minimal besser meiner Meinung nach es ging total besser also Fertig über all die Seiten oder so mega heftig ist hättest du dir das 2 das ist eigentlich voll gut aber es ist mega hässlich es ist einfach nur der hässlich in der Mai beim Hälfte ist natürlich zu rum weil man tritt so hässlich der neuerdings werden ich mache ich bin wir haben vor allen Dingen wenn ein Tor ist er hätte ich habe wer jetzt kann ich jetzt an ja sie hat mich holt und geschloten ist alter bürste ja ich kann nichts machen ich kann ich die ja mit los mit uns mit uns er hat auch gesagt er ist halt und geht da haben wir da hat es uns lieben dass er das ist er gerne mal in den Weg formt im Übrigen der Säle sind neue Prozesse das war schlau wie bei der Karte wurde und wie das ist auch mal gut 4 0 80 ich habe nicht ich habe nicht Leute finden es sollte nicht drauf gehen etwas auf gleich Kürtel dass du nicht hier drauf gegangen bist also das hat nicht die Masse im Krimel also nicht in die aber mein Gott nehmen sie nie mehr auf kann man da wie würde so und wenn man Legs hat ist das was anderes aber eigentlich ist mein Gott name premade support als wieso fahrt er mal hier nein ja das kann jetzt hab die richtig hart die ganze zeit ja das mache ich auch immer bei er ist ein er ist nicht ein troll oh wie ich mit einer 2 und die Kombo das wäppchen und er hat ich bin mal ich bin ich bin es ja er hat gelockt die Oh! Go! Oh! Epic Action! Oh Junge! Jetzt kommt epic epic! Ja, ich glaube, dass du die übelste Haut dagegen hast. Ja und? Ich kann's halt einfach. Ich mein, halt ist der Dignite. Ach, weswegen... Ey, muss jetzt schon wieder was nicht dreckigen? Ja, er geht back. Java! Hu hu! Nein, ich schreib das nicht. Da soll ich jetzt schreiben? Ja, war ein Loop. Nein, das kommt so blöd drüber. Wenn ich grad geschwommen bin. Das kommt nicht so... Pro-like-rüber. Wie sieht denn... Äh... Diamant-Pilo. Haha! Ja, fit Ali-Carrie-Moore! Aber letztes, als ich den fass... Ach! Du kommst, du musst dich übertreiben! Sehr cool! Ja, das Ende ist... Die Casio hat sich einfach Incident geflasht, weil ich Tower-Ring frisch schaue. Ich mein, Adi-Carrie, der Tower-Dive, durch dieses Schwinden, aber... Ganz ehrlich, Adi-Carrie, der Tower-Dive, auch wenn ich die Schwinden ist. Warum, dass Tower-Dive nennt Adi-Carrie, dann nicht Lutsch, die sich behindert, Flash? Die Tower-Dive nicht mich, sondern die Tari, natürlich. Das ist... Das ist Gigi. So, den so ein Team-Kanzler-Dive nicht machen. To strong. Aber die haben von das Counter-Team, finde ich, etwa jedenfalls zu viel Counter gegen mich. Das ist eigentlich... Ich darf erst ein Wettbewerb gegen Katharina. Schon da hätte ich auch nicht. Na, hey, wie sie sollte Lutz den Kater bitte mehr? Ach, nein! Schoum singt j digestion enthusiast. Sie verbindet sich nun wie aus dem Spiel gegen medalitz nach FrauОП, das ist eine Dinge, jedenfalls so weit, das ist ein schönes Spiel, der feeling sie nachher nicht weiß, muss man auch reden. Ich habe erst mal Doppel-Summoners auf Brot Ey ey wir kommen wir kommen wir kommen wir Tower Diven instant Lass ich push the wave Ich bin voll Bereit Jetzt kommt weiter die Casio an Wieso macht er nicht deine... Ich bin voll Hey immer noch Wir sind die Serie auf Kau oder so Jetzt ist ihr da Ich habe hier ein Spiel Er dachte dass er leckt Alter hatte gekifft der Typ Jo ich werde ich Ja das merkt man ja auch nicht irgendwie ne ich kenne mich mit Leck aus Leck Leck Oh wie der Tarik einfach eiskalt allein den Tower pusht und ich einfach reingehe Jetzt dürfte er vielleicht mal meinen Tower verteidigen Ja Hiette Dein Tor verteidigen Eintritt Nein wenn er dies schafft also dann ist er Gott like was Gott like nicht alle die alle verstanden ich wurde besser was ist für KD 2 1 0 wenn ich herr' ihn unter ich hielt es alle Korki Korki du sollst Red Buff kriegen ich die den in mir okay Korki vor ein paar Wochen war Wayne noch mein ähm Main 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 aber aktuell ist es oh welch ein Reins ein solches Neumann Korki und es muss ja noch was zeigt also das und ich will noch mal sehen Prozent die Verlangen vor aber wenn sie mich an den Punkt nach das ist der beste Kinder der besten der EZU und das ist Kassio doch weil er die Länge mit der Läder vertreten ich gehe nicht rein da hat der Pro und da ist ja aber Spendern Orsdruck Wünschen 8 hat ihr mein Flash gesehen, ey, das habt ihr nicht gesehen, oder? Egal Powerdive, wir den jetzt 3 so langsam läuft das doch ja also der Mordi macht in die Hälfte ich möchte daran er macht jetzt auch immer der Welt nein und ich bin ich habe ja schon gebraucht aber das ist eine Fahnscheiße das ist ein schönes Jahr meint aber auch gab es das heißt es kann besser sein das ist nur ich die gemachte alle das Leben die ganze Zeit mehr als erwerblich wenn und als Fliegel für die Kinder Oman Wurzel und die Probe und die dass ich erst mal sein Tieter ist vor Ort der Bekämpfung das kann es nicht mehr mit Kreisheit übrigens Kiel Secure und nicht Kiel Stiel für alle die das immer dachten alles Kiel Stieger und der Aufmerksamkeit die Wachter Kiel Stieger als er mit Anlass ist es die Gäuhrigkeit LKL-Bitglieder und Kiel Stieger es auch nicht geil Prozent mit dem schon macht man schon die Spiele sind und er macht mich jetzt nicht die Messe zu tun in 200 Leben die Sender zu spät und die haben Probi oder ich hätte ich hätte da nicht leider leider erlaubt die Sitzung Leute ich hatte noch nicht richtig die Kräfte und dann machen wir auch nicht das war schluss erhert erzielt geht auch so gut in der Ränge weiter geht es nur in abwarten die dritte ich gehöre ja ich hab das Teil macht keinen Schaden so und wenn sie hübschen bis zu allein ich bläsche mich mit dem Tüttel ja 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 und Moli ja okay das Gelb ist jetzt nicht wirklich ernst geweiht aber das ist das wäre auch kein so ein Fun ist ganz lustig ne das wäre auch kein verdienter Triple F2 der Nub Böbel auf Nu Zirkus Halligalli ich hätte eine Waffe ich will den Waffe haben, ich brauch ich will den bitte lass mir den hey, hier, bevor ich mich eh, wie geht das? Nö bei der übernommen der Probe das ist ein das ist ein ich wäre wenn er ja, wie lange die Reihen, ja, wo man noch machen die Hälfte der Kühe muss heißen fick dich alle fähigkeiten und von zweit mein Gott ist ein Schwimmen entweder wenn ich in den Schacht nicht worden worden wenn sie schafft gebe ich dir die sie ließen die sie macht die Schaden nein denn die Wachstum eine Rolle auch hier in die Lübe nur viel es ist ein Wunder mit Zauberer ein wie er kann die Kammer aus und wenn man die Sammlung also musste jeder die Anfänger Sammlung gegeben werden was er fast ein Pender gewesen ich hatte schon dafür das ist schon da mit ihr und das ist auch mal wenn er dann kann man sich jetzt hier weißt du, weißt du, irgendwer macht ein Triple Kill und ich mache danach ein Double Kill und dann sagt ich, Chai es wir haben genauso viele Devs, wie ich Kills hab wir haben genauso viele Devs, wie ich Kills hab ja und wen interessiert das jetzt macht er ein komisches Spring da, Korki nein doch, das verspringt ich wollte eigentlich in der Luft fliegen ey, wusstet ihr, dass es geht? der Blitzkirch und Blitzkirch ist beiseite ich gerade, das ist die Position tauschen das ist, die, die Wende in der Beine auf, die vorn der Haft und die Hände auf den Weg das ist an der Fall Boah, Ministr bater noch all die Gegner, Blödinger wie Voli Bär Pet Pentacle Allein, Läufe Verlösung und Doppelkeillow P der zeit ist wohl kommt die tower da ist man allein in der aus ein besuch den bier meine habe noch geklärt und ein nicht nein die Vorführer nur noch in den Anbastern Karpio K Karpio Klaupte Koppel wer die Kürze die Kampio Klaupte Koppel die Karte die Karte alle die Hälfte der Hälfte der Hälfte der Karte ein hätte ich doch 3 karl nennen er das hälfte Kater wenn das ist auch die Keri aber für die Keri ein Schleswig mit Armand er die Worte Gottlieb noch was er hat was zu war das schlecht von mir ein Tod kommen also zu meinen alten Bild also eigentlich um mach ich jetzt erst hext ist dann weil er mich gemerkt hat dass ich hier als der Sterbe habe ich erst mit Ruhe ist gebaut Poli aber vorher natürlich das Hextisch Revolver und der Räume die Schiff von den Jensei die Stiftung und die Stiftung die Unterhaltung der Stiftung die Stiftung ein Stil ich kriege die Summe aber trotzdem als und Pentecreme wurden die Siegler hat das Wettbewerb Scherzer Heidling und die Hälfte nicht ich habe jetzt immer wieder was mit Lex oder Dings war immer einfach mal QQ schreiben ich habe die Lärmste die Reaktion darauf äh Entschuldigung der Verkauf von der Aufnahme Halle Tübingen und so lieb der Grie die Leiter ja ich wollte dich obwohl er oft zu mir und kreisend für die Entdeckung machen Kürtel als er nicht ich will ich lass das lieber mit dem Euro meine überlebste noch hätte ich überlegt nach ihm es gibt ich glaube ja ich habe noch mal Die Lux ist echt gut. Wiese Action. Yolo. Oh, jeez. Woah, woah, woah. Fuck, 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 fuck. Panic Flash. Peep, 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 peep. Ne, Sven, okay. Leute, du musst das aufthauen. Lukas. So, das Auto-Attach. Guck dir die Leben an. Wenn du deiner wettelst, ist die Katte. Tarika zieht den Erắcität. Stimmt's zu verlegen. Unser Tankler hat letztens eine Kager zieht. Oh, okay, ich hab's verstanden, aber zusammen. Vielleicht könnte ich 48 Leben wieder, wenn ich da rein springe und meinen Kuh und mein Weh mach.... Also, falls ich irgendwann mein Video gucke. Was ich fürfreitle. Aber falls keiner guckt, 3 wir können dafür um ein dort weiter vorher hätte er aus der Torhau sich sehr nach kommen die Kinder haben die Hälfte wir laden fast alles hoch die manche beiden das ist verarschen alter gerade die Köln ja ich muss tanken und er sterbt jetzt hier holibert geht's wieso machen wir nicht mal ich mache was rarren welches die gm Tarek interessante Eitelbild Schusser der will nicht verarschen er hat auch keine Schuhe Fickdurch er hat auch keine steine Weisen das spielt über R.P. Tarek das ist das was in uns reinlaufen hier die alle einfach weg danke Tariq ok und ich mich immer missverschreiben weißt du was Oto heute ist sie ist doch Wormox sie ist doch Wormox aber Wormox ist nicht mehr so starben das Wormox gut aber die wird gebürzt wenn man unternehmen ich will ja nicht eingehen weil wir kein cool Jahr waren haben ich nur drei aber ich bin ich spreche alle tun die Welt der ist die Schlechtelung er wird dass ich dich noch aufgehst 2 5 gegen 2 5 gegen 2 Ja, das machen wir YOLO Nein, ich wurde exhausted Ich bin tot 5 gegen 1 Ich wollte noch mal Shut down Ja, komm, hol die Petter Lutz, willst du mich verarschen? Goll Ok Leute, das hat keiner gesehen Das war alles Das war getan Gefahr an der Aktion Wir wollten ihn ja eine Chance lassen Wahrscheinlich verlieren wir das auch, das war lustig Ja, dann waren das Dick Throws Dick Throws Fucking Dude, amazing Man beachte meine Magie und Resistenz und meine Rüstung Das ist ganz stark Wie ist das gemacht? Ich kann mir keine Ruhe leisten Das ist also keine guten Ruhe Deswegen Sind die so ganz wichtig Füß mit Adi Rundkarte Ne, er hat übrigens 240.000 E.P. aber Nein, er hat 40.000 Ja, er kann sich keine Ruhe leisten Ja Ja, er hat 40.000 und 50 Wie, dumm Oh, oh, oh Das ist doch schon gestern Abend Ja, gestern ist Wukongame bei Geräte Davon rede ich ja, wir haben heute kein Game gemacht Oder ich, doch Ich hab heute ein Rank gemacht Und ein Verloren Und ein Verloren, zwei Einfach backlash Er hat mich an ja war es treten erhaut es muss sofort ab so besetzt beim fahrer z okay die getragen die schaden das mehr die Quillen haben bei Kielsen der Wehramt dem Allenthal ist es zwölf Uhr nachmittags zwölf Uhr nachmittags Alter Hälfte sind sie neuen Zeiten nicht zwölf Uhr nachmittags bis Minut oder so vorabach ich habe Mittag elf gegessen er hätte er richtig beschlossen wir haben heute drei Hacking schlug Paul war krank ja voll ist das eine Nummer erreicht und wir sind ja auch an die sie in den geht es nicht diese Anleitung der Klasse außer ich ich bin nur zum Außenseiter aber er geht die Schule nebenan glaube ich hatte und dann ist er sicherlich kommen und da jetzt am meisten er hat er noch ein paar Banken ausgerollt und er hat er 3 auch gewollt es sei ganz hinten jetzt in der Fall da so hat gefeiert aber die Bank aus von der Halle ich mich an erneut dann wird sie ja und er hat ein paar Leute hat sich alle färblich doch so dass sie weil er hätte jetzt gedacht weil er so viel er weiß so viel erpick auf und konnte durch die weil man könnte Frank Ausdruck Ausdruck ausräubung die man in den Bergen das machen wir jetzt auf die der Fall wenn ich glaubte er wurde auf der Wunsch vor wir haben die nicht das sieben so gut spielt gerade und er kann halt werden erhältlich ist die spiel zum ersten Mal werden jetzt weiß jeder was gemeint ist wenn sie schmeißen wurde wer kann ja man muss in Geld sind ja man muss jetzt nicht in Städter Karten weg 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 muss haben in den Autotheken mussten in den Köln der Karten muss immer ganz vorn stehen gemacht werden da die Geräte Entschuldigen die Blöde als er die Luxusse hier aktiviert ist wenn sie sich zwar nicht getroffen aber ja der kann ja nicht mit Ulti gut ein Geld sie springen rein macht Pentateuch ja ist denn Fokus Katharina ja ja weil die Fokus für Milch das finde ich echt scheiße das war ich noch mal ein Katharina 10,8 ist man sicherlich mit 172 ist man nur allein du meintest so wir verlieren es Katharina stirbt so aus dem das war mal klar alleine sind die Chatterfotus nicht die Porti nein ich bin sehr froh und rumwacht wird einfach zu bestellen ich bin sechsmal Heimwacht ich bin sehr gut und so wird es noch so ein das Wort und verdient das ist ja schon einmal die Sekunde auf der Karte wenn wir die Karte mehrartig bis mehr auf das werden sie nicht haben und weg wenn die Pläne bitte doch kurz Ich hab ihn grad Richtung Bane gelegt, das wird noch zufällig. Nein, nein, nein! Hilfe! Hilfe! Ein Bild ist... Nicht pushen! Ich bin gleich da! Wow! Oh mein Gott, das ist ein... Ey... Danke für die Oftermode! Ja, ciao!